Die kommende Ecken-Variante sieht auch ganz geil aus, aber so richtig regelkonform ist die nicht. In der vierten slowakischen Liga sind die Spieler ganz schön clever, denken die zumindest. Ein Spieler nimmt den anderen auf die Schulter und versucht sich so für den kommenden Eckball größer zu machen. Der Schiedsrichter unterbricht sofort, denn aufgepasst, diese Situation ist ein Vergehen nach Regel 12, also Unsportlichkeit, weil man ein Hilfsmittel zum Kopfball verwendet. Ja, der Mitspieler zählt hier als Hilfsmittel. Aufmerksamer Schiri, aber das Tor aus 2,80 hätte ich auch gern gesehen.